Herzlich willkommen zur nächsten Folge Gespräche von Herz zu Herz mit deinem Herz-Coach Daniel und deinem Beziehungs-Coach Stefan. Genau. Wir haben heute etwas vor, was wir noch nie vorher gemacht haben. Kleine Premiere. Wir sind mal neugierig, was du da draußen davon hältst. Wir haben vor einer Woche eine kleine Umfrage gemacht. Hey, stell uns doch einfach mal deine Frage, die dir auf dem Herz brennt. Wir haben, ich glaube, hier zehn Fragen von unterschiedlichen Mitgliedern unserer Community. Und zu unterschiedlichen Themen, ich werde mir erst mal eine rauspicken, werde sie dem Stefan hinschmeißen. Wir haben die Fragen alle nicht wirklich angeschaut. Wir haben uns nicht wirklich darauf vorbereitet. Und es soll auch ein bisschen eine Herausforderung für uns sein. Ich glaube, es ist auch für dich interessant, hey, wie reagiert da Daniel und der Stefan, wenn einfach mal kalt was von der Seite kommt. Und ich glaube, daran kannst du auch den Wissensgrad eines Menschen oder wie weit entwickelt der ist, auch sehen, sich auf etwas vorzubereiten kann jeder. Von dem her, lass uns doch mal starten. Stefan, bist du ready? Immer doch, Daniel. Also, dann scrolle ich doch mal hier durch. Oh, die wird schwer für dich. Die wird schwer für dich. Wie, der liebe Bernd, also ich sage nicht den ganzen Namen, aber ich sehe so einen Teil von dem Namen hier, der liebe Bernd von Instagram, schreibt, wie erkenne ich meinen Seelenpartner? Oh, super spannend, super spannend. Geil, das ist ein Mann, ne? Ja. Geil, geil, dass auch ein Mann mal fragt. Ich weiß es nicht, es steht dann irgendwas davor. Es kann auch sein, dass vielleicht Bernd da ein Nachname ist. Ich weiß es nicht. Okay, okay. Aber es kann auch sein, dass es… Hat mich jetzt einfach nur überrascht, ja. Kommt nicht so oft vor, dass Männer über Seelenpartner sprechen, oder? Ist mir jetzt noch nicht so oft vorgekommen. Natürlich könntest du jetzt ganz, ganz viele Bücher dazu lesen. Ich persönlich denke, und es wird super interessant sein, weil ich deine Sichtweise darauf hören will, dass das etwas ist, was du definitiv fühlst. Ja, das ist, es kommt, du lernst diese Person kennen und du merkst direkt von Anfang an, okay, wo warst du die ganze Zeit? Ja, das ist eine Verbindung, Intimität und du fühlst, als wäre die Person schon 50 Jahre da. Wenn du das ausbaust, mit dem Kennenlernen, Fragen stellst und so weiter und immer mehr diese Bestätigung bekommst, ey, okay, irgendwie, wir kennen einander, wir verstehen einander schon fast blind, und denke ich, bist du da schon auf einem sehr, sehr guten Weg, eine Person als Seelenpartner zu deklarieren. Wie siehst du das denn? Also ich würde auch sagen, dass es so eine Art magische Anziehung gibt. Ich glaube auch, dass es so eine magische, wie würde ich es nennen, also ich glaube, ich kann da gut aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich und meine Frau, dass wir Seelenpartner sind. Sie sagt das, ich sage das, wir fühlen das. Und wenn ich so drauf schaue, wie wir uns kennengelernt haben, wie das war, das war kein Liebe auf den ersten Blick, aber es war so eine Anziehung auf den ersten Blick. Weil Liebe auf den ersten Blick, da sind wir, bin ich davon überzeugt, eher so vom Aussehen angezogen, so, boah, die hat blonde Haare, ich stehe auf blonde Haare, sowas. Aber bei uns war es nicht Liebe auf den ersten Blick, es war nur so eine Verbundenheit, so eine Anziehung auf den ersten Blick. Das war es definitiv. Und ich glaube einfach, dass eine Seelenpartnerschaft oder ein Seelenpartner, dass auch sehr viele Sachen, über die gar nicht gesprochen werden muss, weil es einfach wie so eine universelle Übereinkunft gibt. Ja klar, das ist doch so. Ja klar, bei mir auch. Das ist ja das Schöne, wir wünschen uns alle irgendwo so eine Seelenpartnerschaft, weil wir wollen uns dazugehörig fühlen, wir wollen uns nicht zwingen dorthin, wir wollen es fühlen, ohne das zu erzwingen, sondern es soll einfach so natürlich passieren. Also ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass eine Beziehung auch so drei, vier Ebenen aufgebaut ist. Die erste Ebene ist erstmal Liebe. Es muss Liebe da sein, so eine Herzensverbindung. Das hat noch nichts mit Seelenpartnerschaft zu tun. Die zweite Ebene soll mir so eine Kompatibilität geben, so dass mein Humor dich nicht abschreckt und was weiß ich, deine Marotten mich nicht abschrecken. Die dritte Ebene ist eher so, auch so die Bereitschaft, über sich hinaus zu wachsen. Nur wenn wir uns wirklich vom Herzen lieben, gehen wir die Extrameile. Auch wenn die Kompatibilität da ist, fühle ich mich auch so angenommen, wie ich bin, dass ich mehr über mich hinaus wachsen kann und das mache ich dann gerne auch für den anderen. Und aber auch so diesen letzten Teil, wo wir wirklich bereit sind, auch wenn der andere irgendwas Schlimmes macht, das Geld verzockt hat oder irgendwas Schlimmes passiert, dass wir sagen, ey, ich kann dich gerade nicht sehen, ich würde dich gerne an die Wand knallen, aber ich liebe dich trotzdem, so eine bedingungslose Liebe. Und ich glaube, das ist etwas, was, wenn so eine Seelenverbindung da ist, so ein Seelenpartner da ist, wo ganz natürlich da ist. Die Kompatibilität ist da, Liebe ist da, ich bin bereit, für den anderen über meine Grenzen hinaus zu gehen und ich mache es nicht für mich, sondern für den anderen. Wobei ich aber ganz klar sagen muss, bitte fall hier nicht in die Falle rein. Würde ich gerne mal wissen, was du dazu sagen hast, Stefan. Viele denken, es gibt nur den einen Seelenpartner und wenn ich den gefunden habe, wird es leicht. Eh, forget it. Also wenn du jetzt zugehört hast, ey, der Daniel mit seiner Frau einen Seelenpartner. Wir haben von Anfang an diese Anziehung gehabt, diese Verbundenheit und wir hatten trotzdem Schwierigkeiten, weil jeder hat eine Prägung, jeder hat seine Verletzungen, hat Erfahrungen aus Vorbeziehungen mitgenommen, hat vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen gemacht und manchmal sind es auch einfach Sachen, die der andere nicht kennt, die total ungewohnt sind. Also nochmal kurz ein Beispiel, ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt. Für mich ist zum Beispiel Flüstern etwas sehr Intimes. Auch wenn ich dann abends meinen Kindern etwas vorgelesen habe und geflüstert habe, da war für meine Frau, was, was, was tuschelt ihr dort? Was, was, habt ihr, habt ihr ein Geheimnis? Nein, Schatzi, Flüstern ist nichts, für sie ist Flüstern verheimlichen und für sie ist wichtig, es ist in der Beziehung gar nichts zu verheimlichen. Was ich ja unfassbar schätze, sie will in der Beziehung komplett aufmachen, sie will nichts verheimlichen, sie will alles, sie will sich auch zeigen und will alles vom anderen wissen, was super geil ist, durfte ich auch lernen. Und deswegen, diese Welten prallen auch aufeinander und vor allen Dingen, wenn wir sehr stark mit dem Herz verbunden sind, fühlen wir uns schneller verletzt. Also ich garantiere dir eins, wenn du den Seelenpartner gefunden hast, es wird ein wilder Ritt und es gibt nicht nur diesen einen Seelenpartner. Warum nicht? Ich bin davon überzeugt, dass es immer eine Komponente gibt, dass wir uns entscheiden, mit diesen Menschen durchs Leben zu laufen. Das finde ich, das ist das Magische in einer Liebesbeziehung. Dass wir unsere Kinder lieben, ist Mutter Natur, setzt uns unter Drogen, wir lieben dieses Kind, es ist einfach so. Wir schmeißen doch unser Leben hin für dieses Kind, wir würden es uns vor den Zug schmeißen. Einen Partner, den wir aussuchen, dort sind wir nicht genetisch miteinander verbunden. Mutter Natur hat uns nicht unter Drogen gesetzt. Das ist nur eine pure Entscheidung, was nichts anderes ist, bedingungslose Liebe. Und das ist das, was wir entscheiden müssen, jeden Tag aufs Neue. Und deswegen gibt es nicht nur diesen einen Seelenpartner, aber es gibt diesen einen Partner, von dem du sagst, mit dir möchte ich durchs Leben. Es hat viel mit dir zu tun, auch mit dem anderen zu tun. Es gibt mehrere Seelenpartner, aber am Ende darfst du entscheiden, mit wem willst du durch dieses Leben gehen. Und das ist dann was Magisches. Was sagst du dazu, mein lieber Stefan? Ich sehe das genauso wie du. Ich würde sogar ergänzen, dass es manchmal sogar vorkommt, dass du das Gefühl hast, okay, die Person gegenüber, das ist mein Seelenpartner. Und es kann trotzdem sein, dass die Person sagt, ja, fühle ich aber nicht. Also auch hier kann sein, wie du sagst, diese Interpretation von dir aus, ja voll, das war jetzt das, worauf ich die ganzen letzten 20 Jahre gewartet habe. Aber dein Gegenüber fühlst du nicht, auch dann wirst du eben diese Schwierigkeiten haben. Oder einfach Angst davor oder ist nicht bereit, dir das nächste Level zu gehen. Absolut. Eben, wie du auch hier wieder die Prägung, was hat die Person davor erlebt oder was muss sie vielleicht noch verarbeiten, bevor sie überhaupt offen für das Ganze ist. Und was es halt auch natürlich ist, viele machen sich das selbst ein bisschen schwerer, weil wenn sie sowas äußern, das ist so wie dieses Schubladendenken, dann interpretieren sie viel mehr hinein und haben auch Angst durch dieses, ah, okay, das ist mein Seelenpartner, mehr Fehler zu machen, sich selbst verletzlicher zu zeigen. Ja. So ein bisschen. Unter Druck setzen. Ich mache jetzt zu. Ja. Ich mache das Herz zu, mache meine Emotionen ein bisschen. Wie du jetzt gesagt hast, das eine für den einen ist Tuscheln irgendwie, Geheimnisse für den anderen ist es Intimität. Und da würde ich auch auf jeden Fall raten, ein bisschen vorsichtig mit umzugehen, dass man sich selber nicht einfach unter Druck setzt. In der Leichtigkeit liegt die Kraft. Ich habe das schon oft gehört, mit vielen, vielen Kunden gearbeitet, auch aufarbeiten müssen, auch das tatsächlich aufgearbeitet, die gesagt haben, hey, bei mir in meinem Leben läuft es gerade richtig, richtig gut. Mein Partner hat endlich sein Herz aufgemacht, ich auch. Wir haben Kinder, ist alles da. Und jetzt kommt Angst. Angst, das zu verlieren. Ja, klar. Und das ist ja das Verrückte. Wir leiden, wenn wir das nicht haben, was wir uns im Leben wünschen. Und von der anderen Seite, wenn wir es haben, kriegen wir Angst. Und was nichts anderes ist, wir dürfen lernen zu reifen. Das ist auch das Coole, glaube ich, bei uns hier in der Twinogy Academy, jetzt wenn ich beim Stefan drauf schaue, wenn ich bei meinem Bruder, wenn ich bei mir drauf schaue, wir haben relativ früh angefangen, Reflexionsarbeit zu betreiben, uns Hilfe zu suchen, niemals aufzuhören, zu wachsen. Ich selber, ich glaube, ich und der Stefan, wir haben ja beim letzten Mal, beim letzten Podcast habe ich den Stefan gecoacht. Der Stefan hat auch mich schon gecoacht, wir haben nur keinen Podcast darüber gemacht. Und wir brauchen alle ein Stück weit Hilfe. Und ich glaube, es hört auch nie auf, dass wir wachsen, reifer werden, dazulernen. Und das ist aber auch das Schöne dabei. Stell dir vor, du wärst schon angekommen, alles ist, wäre auch rottenlangweilig. Und wir dürfen einfach lernen, Charakterbildung, wir dürfen erwachsen werden, wir dürfen reifen. Um einfach auch diesen Mut zu finden in uns, zu sagen, okay, ich mache jetzt mein Herz auf. Ich kann mich gut erinnern, ich habe eine Beziehung gehabt in jungen, jungen Jahren. Das war meine zweite Beziehung, die erste Beziehung, das war eher so, sie fand mich gut. Und ich war so, okay, ich war totale Spätzünder mit 19, erste Freundin. Und sie fand mich gut. Und ich war so, will die was von mir? Kann das sein? Und das war, aber sie hat mich ausgesucht. Wir haben eine schöne Zeit gehabt, alles war gut. Und die zweite Partnerin bin ich zusammengekommen und das war so ein richtig Katsching-Moment. Boah, da hat es mich gecatcht und alles. Aber ich habe Angst gehabt. Ich habe echt Angst gehabt und ich habe damals wirklich geliebt und ich habe gelitten. Das ist auch die Wertzuschreibung. Da bist du derjenige, der ausgesucht hat. Das heißt, du tust schon wieder mehr hineininterpretieren, mehr geben. Also gibst mehr von deinem Herzen in dem Sinne und dadurch machst du dich halt auch verwundbar. Und natürlich ist es auch von beiden Seiten und das war auch, wo ich dann Schluss gemacht habe in diese Beziehung, weil ich einfach gelitten habe. Das war eine Fernbeziehung, das war nochmal eine andere Komponente und ich habe echt gelitten, gelitten, gelitten. Aber wenn ich dort war, ich war super happy. Aber ich konnte damit nicht umgehen. Ich war nicht reif genug. Ich hätte auch unter der Woche mehr hinfahren können, aber irgendwie, ich war dort noch nicht so reif. Ich war zu viel im Kopf gefangen. Ja, aber es kostet zu viel Sprit und ja, aber unter der Woche lohnt sich das nicht. Ich war einfach zu viel im Kopf. Ich war noch nicht reif genug, das auszuhalten. Ich habe dann danach viele Jahre mein Herz verschlossen und durfte dann einfach wieder lernen, nur weil es dort nicht geklappt hat. Weil das ist ja das Paradoxe. Ich habe die Erfahrung gemacht, Lieben, Schmerz. Deswegen habe ich das Herz zu gemacht und dann war immer das Herz zu und Liebe war immer irgendwie anstrengend. Bis ich verstanden habe, eigentlich ist genau das Gegenteil, Daniel, was du machen musst. Weil gerade, weil du verschlossen bist, tut es weh. Und das war für mich so der allergrößte Durchbruch wieder. Das Herz aufzumachen, mehr und mehr zu verstehen, auch die Eier zu finden, zu sagen, ich liebe dich und wirklich das Herz auf die Schwelle zu legen. Und das gehört immer Angst dazu. Die Gefahr, enttäuscht zu werden, verletzt zu werden, ist immer da. Aber verdammt nochmal, es lohnt sich einfach. Und das ist auch wichtig, korrigiere mich, aber wenn wir jetzt zurückblicken auf dieses Szenario bei dir, war natürlich diese Schwierigkeit, weil du dein Herz nicht zu 100% geöffnet hast, weil du Angst hattest, es kostet zu viel Geld, Sprit, bla bla bla, kannst du ja dein Herz nicht zu 100% dieser Frau widmen. Also wird es emotional für dich immer schwerer, es wird immer Distanz, also die Distanz wird immer größer und dann wirst du halt zumachen. Und jetzt ist der Clou an der Sache, eigentlich, also meiner Meinung, bist du ja selbst dran schuld, dass dein Herz zugemacht hast. Genau. Weil du von vornherein dein Herz nicht komplett aufgemacht hast. Genau. Aber das ist ja, es ist nicht so, dass ich nicht von vornherein mein Herz aufgemacht habe, es war mir noch nicht ganz offen. Ich war einfach noch unreif. So, klar. Ja. Und absolut, das ist ja, wir stecken manchmal, ich bin da mal so, oh Gott, ich war ja total verkoppt früher, ich bin noch viele Jahre mit verschlossenen Herzen rumgelaufen, wir haben ja schon in einer Podcast-Folge so gesprochen, so Elternthema, so meine größte Krise, ich weiß nicht, welche Podcast-Folge war. Das war jetzt, die vorletzte, Folge 6, 7, sowas unter dem. Google mal gerne, wenn du da draußen gerade zuschaust. Und ja, wir dürfen einfach lernen, reif zu werden und trotzdem ist es nicht so, oh, damals, warum habe ich es nicht, ich habe da was falsch gemacht. Ey, das war ein Reifeprozess. Aber am Ende hat es mich dort hingeführt, dass ich meine Frau kennenlernen durfte, dass ich auch durch dieses Szenario wirklich reifen durfte, auch durch den Schmerz reifen durfte und jetzt eine total glückliche, zufriedene Herzensbeziehung führen kann, wo wirklich alles dabei ist. Ja, am Ende vom Tag, jede Entscheidung, die du triffst, mit dem besten Wissen, gewissen von dem Zeitpunkt aus, ist richtig. Im Nachhinein sind wir immer klüger, ob es jetzt eine Liebesbeziehung ist, Herz öffnen oder sonst irgendwas. Von daher, cool. Geil. Das heißt, ich bin jetzt dran mit der nächsten Frage, oder? Ja. Ich würde mal gerne wissen, wenn du da draußen gerade zuhörst, haben wir dir die Frage in der Tiefe beantwortet oder willst du mehr? Dann schau, dass du irgendwie auf uns zukommst. Ich glaube, bei Spotify, bei Apple kannst du überall deine Kommentare lassen. Schreib es mal drunter. Ja, Mann, richtig geil oder tiefer. Tiefer, härter. Gib es mir. Ich habe hier eine interessante Frage. Ich kürze jetzt einfach mal den Namen mit Ari ab. Ari fragt, wie heilt mein Herz am schnellsten? Was am schnellsten? Wie heilt mein Herz am schnellsten? Verstanden. Wie mein Herz am schnellsten? Ich so, was? Öffne, heile. Okay, wie heilt mein Herz am schnellsten? Ich glaube, und das wird viele vielleicht so ein bisschen schockieren, ich glaube, das muss ich auch ein bisschen ausholen und erklären, wie heilt das Herz am schnellsten? Ich glaube, wenn wir uns mit unseren Eltern beschäftigen. Wir haben einfach viele Dinge, die bei uns in der Vergangenheit rumliegen. Und bitte, bitte verstehe mich nicht falsch. es heißt nicht, dass du dich jetzt mit deinen Eltern zusammensetzen musst, mit den Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben tatsächlich bei uns Frauen im Coaching, da sind die Eltern in der Sekte wirklich tief drin, die immer wieder sagen, ja, komm zurück auf Gott, das Pfade, die es ja echt gut meinen. Aber es funktioniert nicht. Also tief, tief, tief drin in der Sekte oder ich habe auch wirklich schon mit Frauen zusammengearbeitet, wo die Mutter gesagt hat, du bist das aller, allerletzte, ich hasse dich, hätte ich das gewusst, hätte ich dich abgetrieben. Boah, wie willst du nicht damit aussehen? Und genauso habe ich aber auch schon mit Menschen zusammengearbeitet, die jetzt in der Gegenwart ein gutes Verhältnis mit den Eltern geführt haben, aber in der Vergangenheit sich nie von ihren Eltern geliebt gefühlt haben. Und das finde ich, das ist auch übrigens eine der ersten Sachen, wenn ich mit Menschen mache, die ich frage. Und wenn ich merke, da ist was, was ich aufarbeite. Also du kannst es relativ simpel beantworten. Fühlst du dich von deinen Eltern geliebt? Ja, dann ist dein Herz mit Sicherheit ein Stück weit offen. Wenn nein, dann solltest du dort anfangen. Natürlich gibt es auch dann wieder so ein paar andere Komponenten. Gab es irgendwo mal eine große Enttäuschung? Gab es irgendwo vielleicht einen Missbrauch? Wurde irgendwie Vertrauen missbraucht oder wurdest du irgendwo hintergangen? Das führt natürlich auch dazu. Auch da ist es wichtig, dass du das angehst. Also ich bin immer ein Fan zu suchen, wo hat denn das angefangen, das Herz sich zu verschließen? Weil du wirst nur das Herz dort anfangen zu öffnen, dort wo es sich angefangen zu verschließen. Was paradox ist, ich werde es erklären, es geht nicht darum, jetzt in die Vergangenheit zu reisen, die Vergangenheit irgendwie aufzupflücken oder irgendwie in der Vergangenheit rumzuwühlen. Das ist es nicht. Es geht eher darin, dass wir sehen, ich nenne das, lernen, die Eltern wertzuschätzen. Und das ist was sehr, sehr tiefgründiges, weil Eltern lieben ihre Kinder immer. Sie zeigen es aber nicht immer. Ich habe heute erst, bevor wir den Podcast angefangen haben, hat eine Teilnehmerin von meinem Coaching-Programm geschrieben, wir haben eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, sie hat es gerade auch von Funzen Stefan, da muss sie jetzt gerade lachen, gesagt so, ey, die hat das geschrieben, richtig, richtig geil. Sie hat gesagt, meine Mama, immer wenn wir uns gestritten haben, wenn meine Mama sauer war, wenn wir irgendetwas falsch gemacht haben oder sie oder irgendwas, meine Mama hat sich nie entschuldigt, auch wenn sie mal übertrieben hat, laut war oder irgendwie etwas gemacht hat, meine Mama hat sich nie entschuldigt und das hat sie ganz, ganz, ganz viele Jahre mit sich getragen, weil sie hat immer so das Gefühl, ja, dann bin ich ja schuld, dann war ja mit mir irgendwas, weil die Mama hat sich nie entschuldigt, bis sie vor kurzem, wir haben zusammengearbeitet, hat sie eine Erkenntnis gehabt, sagt, ey Daniel, es hat jetzt klick gemacht, ein paar Tage später, meine Mama hat sich nie entschuldigt, aber sie hat immer danach unser Lieblingsessen gekocht, sie hat immer mir und meinem Bruder, entweder sein Lieblingsessen oder mein Lieblingsessen oder unser beides Lieblingsessen, hat zwei Gerichte gekocht und das war für sie, wo sie auch wieder ein Stück weit heilen durfte, wo sie auch ihr Herz wieder aufmachen konnte, zu sehen, ey, halt mal, meine Mama konnte sich zwar nie entschuldigen, aber das war ihre Art, sich zu entschuldigen, ey, ich war vielleicht zu laut und ich habe vielleicht euch angepackt oder mal auf den Arsch geklopft oder habe was, was sich zu viel verboten, aber mir tut es leid, aber ich kann es nicht sagen, aber ich tue etwas dafür, um es wieder gut zu machen und das ist natürlich sehr heilsam und das ist, was ich meine, dass wir lernen, das, was unsere Eltern getan haben, wertzuschätzen. Du musst es nicht gut finden, aber wir dürfen lernen, es wertzuschätzen. Also es kann sein, deine Eltern haben dir vielleicht nie gesagt, dass sie dich lieben, vielleicht haben dir deine Eltern dich nie in den Arm genommen, aber vielleicht haben sie sehr viel für dich getan, vielleicht haben sie alle Rechnungen bezahlt, sehr viel für dich geschenkt. Ich habe paradoxerweise, es ja schon viele Menschen im Coaching gehabt, wo der eine erzählte, ja, ich habe immer gewünscht, dass meine Eltern mit mir in Urlaub fahren und da, da, da. Die haben immer gesagt, dass sie mich lieben, aber nie etwas unternommen und dann eine Stunde später habe ich mit dem Nächsten ein Coaching und er sagte, ja, meine Eltern sind zwar, die haben immer mich in den Arm genommen, gesagt, dass sie mich geliebt haben, aber die haben nie Geld für uns ausgegeben und ich denke so, ey, wäre mal gut, hättet ihr die Rollen getauscht und ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Kinder, sind wir einfach sehr unreif und wir wollen immer das, was wir nicht haben. Es liegt im Charakter des, gerade in deiner unreifen Menschen, einem jungen Menschen, in einem kindlichen Charakter oder in einem Kind, immer das zu wollen, was wir nicht bekommen haben. Wir kennen das alle, das kleine Kind spielt mit was und das andere, ey, das will ich jetzt genauso und genauso dürfen wir aber lernen, wenn wir wieder diese Wertschätzung aufbauen, hey, guck mal, meine Eltern haben zwar mich geliebt, aber anders, als ich mir vorgestellt habe, das meine ich mit lernen, die Eltern wertzuschätzen für das, was sie getan haben oder auch was sie nicht getan haben. Vielleicht waren sie streng zu dir, aber deswegen bist du auch eben ein Mensch geworden, der sehr viel Disziplin hat. Das darfst du anerkennen und vor allem, wenn du es gerade zuhörst, es muss ins Herz kommen. Du kannst sagen, ja, ja, meine Eltern waren ganz streng, aber ja, ich glaube, die haben mich schon geliebt. Vergere, das wird nicht klappen. Du musst an den Punkt hinkommen, dass du sagst, ja, meine Eltern waren streng, aber in der tiefsten Tiefe haben sie mich geliebt und ja, die haben sehr viel für uns getan und das musst du fühlen und dann kann das Herz aufgehen. Davon bin ich fest davon überzeugt. Was meinst du, mein Lieber? Ja, ich lese ja immer sehr gern zwischen den Zeilen und wenn ich, ich lese jetzt noch mal ganz kurz vor, ja, sie hat ja geschrieben, wie heilt mein Herz am schnellsten? Da poppt immer dieses Schnellste für mich so direkt in die Augen und da ist einfach für mich auch interessant zu sehen, so natürlich geht es darum, dass sie ihr Herz heilen will, definitiv, ja, aber sie legt auch wahrscheinlich den Fokus schon auf schnell. Ich will jetzt das Ergebnis und da würde ich einfach gern kurz darauf eingehen, dass es wichtig ist, dass man auch Sachen nicht pressiert, ja, wie du jetzt zum Beispiel sagst, Kindheit, Familienthemen aufarbeiten, das ist nicht mal geschwind gemacht, das kann unter Umständen Tage, Wochen, Monate in Anspruch nehmen. Ich finde, es ist aber viel leichter, damit umzugehen, wenn du dir dessen bewusst bist, ja, also wenn du ein Bewusstsein schaffst, es muss gar nicht schnell sein, ja, und dieses schnell solltest du jetzt auch gar nicht so definieren, sondern hab das Ziel, okay, mehr ins Herz zu kommen und geh die notwendigen Schritte einen nach dem anderen, um da hinzukommen, so, weil wenn du nach der schnellsten Lösung suchst, das ist nicht immer das Beste. Ja, absolut. Wenn wir hungrig sind, klar, können wir zu McDonalds fahren und so weiter, es ist okay, aber ist es wirklich sinnvoll? Ja. Welchen Schaden tragen wir dadurch, ja? Kommst du wirklich denn an, nur weil du schnell willst? So, genau, und auch hier ist ja, oder wie kommst du an? Auch hier sehe ich halt eben die Gefahr, natürlich kannst du halt schnellstmöglich irgendwas konsumieren und versuchen in die Umsetzung zu gehen, ja, aber vielleicht ist dann das Ergebnis nur kurzfristig, ja, also auch hier einfach nur von mir, seid ein bisschen bewusster, vorsichtiger mit der Wahl, damit dir an das Ziel gut kommt, gelangt. Und vor allen Dingen, du hast die Frage, wie kann mein Herz am schnellsten heilen? Ich habe gesagt, das Erste, mit dem ich anfange, ist einfach so lernen, Eltern wertzuschätzen. Das Zweite Wichtige, wo ich auch sehr viel Wert drauf lege, ist, dass der Mensch wieder lernt, zu seiner Natur zu kommen. Was meine ich mit, sondern wir haben, wir sind entweder feminine geprägt oder maskulin geprägt, also eine Energie ist nach vorne, Push, Power, kontrollieren, Dominanz, Power. Und die eine Energie ist mehr so, hier fühlen, Hingabe, nicht nach vorne gehen, sondern hier mehr Liebe und Verbindung. Und gerade so, wie heilt man Herz am schnellsten? Es hat eine Frau geschrieben, das ist maskulin. Wie kann ich da dieses Vorpreschen? Wie kann ich dort hinkommen? Und schau mal, Albert Einstein hat einen tollen Spruch, mal aufgeschrieben. Das Problem kann auf der Ebene niemals gelöst werden, auf der es entstanden ist. Wenn du sehr viel im Kopf bist, sehr viel maskulin bist und in der tiefsten Tiefe bist du eigentlich eine feminine Frau, egal wo das jetzt herkommt, ob es deine Eltern von dir gewollt haben oder ob du gedacht hast, die lieben dich dafür oder ob du eine schwierige Zeit, alleine ziehende Mama, völlig egal woher, aber du bist gerade viel im Maskulin. Dort wird dein Herz niemals aufgehen. Ich nehme gerne so eine Metapher, der kleine Pinguin, der durch die Wieste läuft mit den Kamillen zusammen, der ist nicht happy, der wird nicht strahlen, das ist anstrengend, das ist fucking anstrengend für den. Der fängt an zu lachen, zu strahlen, der macht sein Herz auch, wenn er im Wasser drin ist. Das heißt, wenn wir gegen unsere Natur gehen, dann wird dein Herz niemals aufgehen. Und wenn ich jetzt aber in diese Energie brinne, so dieses, wie haltet mein Herz am schnellsten, das ist nur eine Vermutung. Ich hoffe, wenn du gerade zuhörst, dir die Frage gestellt hast, wir wollen dich nicht verurteilen. Aber es ist so die Idee davon, ich kann mir vorstellen, du bist sehr viel im Maskulin und wenn du auf dieser Ebene versuchst zu heilen, forget it. Du musst eigentlich genau den gegenteiligen Weg einschlagen, einfach auch mal vielleicht kurz Rast zu machen, vielleicht auch mal Trauer zuzulassen, einfach auch den Schmerz zuzulassen, dass das Herz zu ist und es kann sein, ein Stück weit geht es auf. Also auf der Ebene, von der du denkst, dass du dort hinkommst, vielleicht auf der Ebene ist überhaupt das Problem erst entstanden und dann musst du eigentlich 180-Grad-Wende machen. Sehr schön. Dann würde ich doch sagen, dann schmeiße ich dem Stefan wieder was hin. Ich muss ihm in größeren Brocken hinknallen. Ich finde das ja auch wichtig, weil das ist ja eben genau das. Wir lesen die Fragen und wir interpretieren sie jeder ein bisschen auch natürlich anders. Es gibt jetzt auch keine endgültige Antwort für diese Fragen, die wir hier heute durchsprechen und wir nehmen uns jetzt auch gut Zeit, würde ich behaupten, aber dennoch, man könnte jetzt auch dieses Thema noch ganz, ganz tief eintauchen und mehr dazu sagen. So, die liebe Jenny schreibt, ja, unser lieber Stefan ist ja so Dating, Beziehung extrem gut aufgestellt und deswegen schmeiße ich mir da einen Brocken hin. Kann ich nur mich heilen oder auch einen Mann? Wenn ich durch Männer in eine depressive Phase gerutscht bin, ich glaube, was sie meint, kann ich mich nur selbst heilen, wenn ich durch einen Mann verletzt worden bin oder brauche ich wieder einen Mann dafür? Glaube ich. Ich hoffe, ich verstehe es richtig. Also angenommen, also wir gehen jetzt die Frage so an, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Ich bin davon überzeugt, dass beides funktionieren kann zu einem gewissen Grad. Was meine ich damit? Ich bin der Meinung, dass es Menschen gibt, die können nicht alleine sein. Es ist natürlich sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen und mal wirklich alleine zu sein und auch mal lernen, alleine zu sein. Aber wenn du merkst, es äußert sich negativ, du rutschst dadurch in eine Depression, es geht dir immer schlechter, dann tust du dir ja keinen Gefallen. Das heißt, auch hier tut es manchmal gut und es ist sinnvoll, wenn du die Ablenkung holst. Es gibt ganz viele Menschen, egal ob Mann oder Frau, die gehen von einer Beziehung direkt in die nächste. So, jetzt ist für mich halt als Coach interessant zu wissen, warum machst du das? Weil du nicht alleine sein kannst oder weil du nicht alleine sein willst? Zwei Paar Schuhe. Also, es kann natürlich sein, du trennst dich bis jetzt ein halbes Jahr Single, merkst so, okay, du versuchst, das Ganze aufzuarbeiten oder in die Veränderung zu gehen und es gelingt dir vielleicht so 20, 30 Prozent. Das ist schon mal fein, weil dann arbeitest du schon daran. Und wenn dann ein toller Mann oder eine tolle Frau in dein Leben kommt und zeigt dir vielleicht noch eine andere Perspektive, einen anderen Ansatz, eine andere Form von Beziehung, dann ist das geil. Das heißt, hier ist natürlich die Möglichkeit da, dass der neue Partner, neue Partnerin dir auch vielleicht eine gewisse Welt zeigen kann, die für dich jetzt noch im Verborgenen liegt. Das heißt, dadurch kannst du definitiv auch Heilung zu einem gewissen Grad erfahren. Aber, wie gesagt, der Fokus sollte bald bei dir liegen, weil das ist das Einzige, was du in Klammern kontrollieren kannst. Du kannst halt nicht wirklich kontrollieren, sehen, ob der Mensch, den du jetzt in deinem Leben wieder anziehst, der sein wird, der dich heilt oder nicht. Kann auch sein, der macht dich noch mehr kaputt. Absolut. Passiert leider. Deswegen bin ich ein Freund davon, den Fokus auf sich selbst zu legen und auf das, was du kontrollieren kannst, was du verändern kannst. Und deswegen hier auch einfach, wenn sie jetzt, ich glaube, sie hat geschrieben, ist ein bisschen depressiv durch diesen Mann, oder? In die depressive Phase gerutscht. In die depressive Phase, so. Wenn du merkst, das ist schon mal geil, weil du merkst, okay, du bist jetzt in einer depressiven Phase, geil, allein weil du das schon weißt, kannst du jetzt was dagegen tun. Es gibt ganz viele Menschen, die sind depressiv und wissen es gar nicht. So, und das zu sehen, als Außenstehender, tut noch mehr weh. Ja, weil, dann willst du vielleicht helfen, aber du musst jetzt erst mal dieses Bewusstsein schaffen, dass sie gerade ein Problem haben. Absolut. Und das heißt jetzt bei ihr, ist es eine geile Sache, eine geile Erkenntnis, weil jetzt kann sie sagen, brauche ich jetzt Zeit für mich? Muss ich vielleicht in den Urlaub? Muss ich mir vielleicht die Haare steilen lassen? Oder, oder, oder? Oder will ich Männer kennenlernen? Ganz genau. Und alles, was sich gut anfühlt und dich weniger depressiv fühlen lässt, solltest du tun. Ja, meinung. Und vor allen Dingen ist es aber auch, finde ich, eine depressive Phase ist, was sehr gesund ist. Also wir neigen oft dazu, so, oh, das ist falsch, das ist nicht richtig, ich bin kaputt, mit mir stimmt was nicht. Ich finde, gerade wenn wir eine fette Enttäuschung eingesteckt haben, verletzt worden sind, dass wir zumachen. Und das ist ja der Charakter der Depression. Eine Depression äußert sich, dass du nichts mehr fühlst. Für einen maskulinen Mann nichts zu fühlen, der kann das natürlich viel, viel besser wegstecken, weil er mehr der Logik ausgerichtet ist. Es ist aber trotzdem sehr, sehr, sehr heftig, weil gar nichts zu fühlen, da fehlt der Kompass. Aber für eine feminine Frau, wenn die nichts mehr fühlt, jetzt kommt Dunkelheit. Weil wenn sie keine Liebe, keine Verbindung fühlt, ist es wie sich in ein Zimmer einzusperren, eine Tür zuzumachen, jetzt kommt Dunkelheit. Und in der Dunkelheit kommen Ängste, Trauer, Zweifel, ganz, ganz, ganz viel. Und gleichzeitig ist es aber manchmal auch einfach so ein emotionaler Schutz, nicht zu viel Schmerz zu fühlen. Und deswegen machen wir zu. Es gibt eine tolle Studie, die hat zum Beispiel gezeigt, dass wir Emotionen nicht filtern können. Also wir haben auch die Idee, negative Emotionen weg, positive rein. Das geht nicht. Es ist tatsächlich so, du kannst dein Herz aufmachen, da kommt alles rein. Oder du machst das zu, da kommt gar nichts mehr rein oder raus. Und gerade wenn wir eine schwierige Zeit haben und sehr viel Schmerz haben, ist es sehr natürlich und auch sehr gesund, dass du das Herz zumachst, dass einfach dieser Schmerz sich nicht kaputt macht. Oder du vor lauter Schmerz, Schmerz, Schmerz irgendwie eine Dummheit anstellst, dich vor den Zug schmeißt. Also bitte nicht. Deswegen finde ich, so eine depressive Phase ist, was sehr gesund hat, ist eine Art Selbstschutz. Und gleichzeitig ist aber die Mauer, die dich heute beschützt, macht dich morgen einsam. Ab einem gewissen Punkt musst du wieder lernen, aufzumachen. Und ich finde auch, dass wir uns nicht sofort wieder in die nächste Beziehung stürzen sollten, uns aber trotzdem offen sein sollten, wieder in die Beziehung einzugehen, weil wenn wir mal vom Pferd runterfallen und dort mal ein Jahr nicht mehr drauf gestiegen sind, die Ängste werden nur noch größer und größer und meistens größer, als sie sein sollten. Und es hat natürlich auch viel mit was zu tun, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Unser Gehirn arbeitet am stärksten mit Erfahrungen. Wenn du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, muss eine schlechte Erfahrung mit guten, neuen Erfahrungen, nicht nur mit einer, mit ganz vielen überschrieben werden. Deswegen sagt mir nicht ohne Grund, wenn du vom Pferd fällst, sollst du wieder aufsteigen. Viele denken, ja gut, ich bin einmal runtergefallen, bin aufgestiegen, das ist ja eins zu eins. Ist das nicht. Du bist runtergefallen und in dem Moment, wo du aufsteigst, du bist ja nicht eine Sekunde drauf, sondern du bist vielleicht fünf oder zehn Minuten. Du machst jetzt zehn Minuten lang ganz, ganz viele gute Erfahrungen. Das Pferd reitet, du bleibst stehen, du ziehst an den Zügeln, dann reitet es vielleicht schneller. Das heißt, du machst ganz, ganz, ganz viele gute Erfahrungen. Ich bin zum Beispiel überzeugt davon, dass eine schlechte Erfahrung, auch eine richtig, richtig schlechte Erfahrung, auch eine traumatische Erfahrung, kann nur heilen, indem du sie mit ganz, ganz, ganz vielen guten Erfahrungen überschreibst. Also, wenn du mal von einem Mann enttäuscht worden bist, kann es sehr, sehr, sehr heilsam sein, mit einem Mann wieder in eine Beziehung einzugehen, wo du merkst, so nach ein, zwei, drei Jahren, hey, mega. Also, ich habe damals einen sehr, sehr, sehr guten Arbeitskollegen gehabt, viele Jahre zusammen, da war immer auch so eine Vaterfigur, wir haben immer noch Kontakt, und der hat zu mir gesagt, da war ich auch in einer ganz, ganz schlimmen Phase. Und nach der, ich war in einer langjährigen Beziehung, die sind auseinandergebrochen, sie wollte da nicht mehr, und ich habe mich gefühlt, wie so weggeschmissen, wie so ein vergammelter Apfel, weil ich habe auch, ich habe das damals nicht verstanden, das Feminine, Maskulin, ich habe sie nicht verstanden, mittlerweile weiß ich immer, warum die Beziehung kaputt gegangen ist, ich war einfach in Holzgäufe, ich habe ganz viele Fehler dort drin gemacht, aber ich habe das so gesehen, so ey, jetzt will sie mich nicht mehr, weil ich konnte ihr auch nichts mehr recht machen, ich konnte sie auch nicht mehr glücklich machen, weil ich sie halt nicht verstanden habe. und dann hat er zu mir gesagt, Daniel, das, was dich krank macht, das heilt dich auch. Auch bei einem Schlangengift gibt es ein Gegengift. Und das war für mich so, okay Mann, renne ich jetzt gleich davon, verteufeln nicht gleich alle Frauen und das war auch dann wieder schön, als ich dann mit einer anderen Frau, ich glaube nach so einem halben, Dreivierteljahr zusammengekommen bin, die anders drauf war, wo ich dann auch so gemerkt habe, hey, die Kompatibilität ist auch wichtig, weil in einer Beziehung, die hat zum Beispiel, ich habe so einen piksigen Humor, ich ärgere gerne, ich pikse gerne, habe ich meinen Vater, ich habe das früher selber bei ihm gehasst, jetzt bin ich selber so, aber das ist meine Art von Humor, wo ich den anderen so ein bisschen pikse, auch seine Balance ein bisschen bringen möchte, aber auf eine positive Art und Weise. Und der einen Beziehung, die konnte damit gar nicht umgehen, die war permanent verletzt und die andere, die hat das total geliebt. Und da habe ich auch gemerkt, ey Daniel, guck mal, für die eine bist du too much und für die andere bist du genau richtig. Und deswegen, das, was dich krank macht, kann dich definitiv heilen. Deswegen bitte scheue dich nicht davon, bitte verteufel nicht gleich das gegensätzliche Geschlecht oder wenn du mit einer Frau eine schlechte Erfahrung oder mit einem Mann eine schlechte Erfahrung gemacht hast, verteufel das nicht gleich. Es gibt da draußen jemand, der vielleicht besser für dich gemacht ist oder du darfst ein bisschen was dazulernen. Wir dürfen genau hinschauen, was das Problem war. Und dann kannst du wieder heilen, definitiv. Ich würde auch einfach ganz gerne kurz noch ergänzen, was es oft wichtig ist, wenn du die Sichtweise eben, du hast ja gesagt, verteufel die Depression nicht. Wenn du siehst, dass die Depression eigentlich nur ein Hinweis darauf ist, dass du eine Energie die ganze Zeit unterdrückt hast, die du eigentlich ausleben solltest. Wenn du dir dessen bewusst bist und herausfindest, welche Energieform es ist und diese aktivierst, dann ist die Depression auch schnell wieder weg. Ja. So, mein Lieber, das wollte ich noch ergänzen. Jetzt schieße ich mit einer geilen Frage hinterher. Und zwar steht hier, ich komme aus meinem Schmerz nicht raus. PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung und schwere Depressionen. meine Matratze zieht. Weiß ich nicht. Jetzt musst du interpretieren, was hier jemand hat. Die Liebe, wie heißt sie? Nur nicht den ganzen User nehmen? Michaela. Michaela, okay. Also ich denke mal so, Michaela so, hey, ich stecke gerade irgendwie fest. Genau, also ich finde die jetzt einfach nur interessant, weil wir haben jetzt gerade schwere Depressionen, PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Welchen Rat kannst du da den Zuschauern gerne mitgeben? Dort wieder rauszukommen. Okay, ich erkläre PTBS oder Trauma. Ich benutze das Wort Trauma sehr, sehr, sehr ungerne, weil es so oft zigguriert, es ist so, so, so groß und es ist so, so, so schwer und da kommt man nicht raus. Eigentlich ist es relativ simpel. Ich will nicht sagen, dass ein Trauma simpel ist zu heilen, aber ich möchte erklären, was der Charakter eines Traumas, eines posttraumatischen Belastungsstörungen ist. Es ist nichts anderes als, wir haben eine Erfahrung gemacht und wir haben das Gefühl gehabt, mein Leben stand auf der Kante. That's it. Es kann sein, dass dein Leben tatsächlich bedroht war, dass dir einer ein Messer ans Hals gehalten hat. Es kann sein, dass du, was weiß ich, eine Bombe neben dir eingeschlagen ist oder dass sie neben dir, was weiß ich, vom Zug erfasst worden ist. Also wirklich so, du bist dem Tod von der Klinge gesprungen. Oder irgendetwas hat sich so stark angefühlt, als ob du gerade stirbst, emotional verlassen zu werden, was auch immer. Aber es ist nichts anderes als, dass du eine Erfahrung gemacht hast von, du stirbst gerade oder das Leben war bedroht oder emotional stirbst du. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, das Gehirn arbeitet relativ schlau. Das versucht dich zu beschützen. Wir haben eine innere Intelligenz, das ist das Kleinhirn und das Stammhirn. Auch wenn du dich zum Beispiel schneidest, dieser Teil deines Körpers heilt diese Wunde. Du musst nichts dafür tun. Und aber auch dieser Teil versucht dich zu beschützen. Und der erste ist relativ schlau. Beispiel. Du wurdest jetzt im Park mal ausgeraubt und einer hat dir das Messer an den Hals gehalten. Und jetzt ist es so, dass es schneit draußen. Also es ist passiert, es war abends, es hat geschneit, es war windig, es lag auch Schnee auf dem Boden und es war rutschig. Und du warst alleine. Und dann ist plötzlich einer aus dem Gebüsch rausgesprungen und hat das Messer an den Hals gehalten und hat dich ausgeraubt. Jetzt wird dein Nervensystem, dein Unterbewusstsein in Zukunft auf diese 5, 6 Komponenten, die alle zusammengekommen sind und dann ist das passiert. Weil dein Unterbewusstsein kann nicht sagen, warum das passiert ist. Ist dem auch gar nicht wichtig. Es will dich einfach beschützen. Das kennst du vielleicht, wenn du bist mal irgendwo im Wald gestanden und hast irgendwo nach hinten geguckt und hast gedacht, oh Gott, das ist ein Wildschwein und auf einmal war es nur eine Rinde. Also es sah nur so aus wie ein Fell von einem Wildschwein und trotzdem hast du Angst bekommen. Dafür ist das Gehirn da. Das will ich erstmal nur gestellen, kann das ein Wildschwein sein? Ja oder nein, sondern es ist sehr tief verankert mit Reflexen. Angst kommt, pum, wegrennen. Dieser innere Beschützer, Kleinhin und Stammhirn, dieses Unterbewusstsein, filtert jetzt in Zukunft alle diese 5 Elemente, diese 6 Elemente. Das bedeutet, das kann zum Beispiel sein, dass du am nächsten Morgen aufwachst und du bist wieder alleine und schon wird es getriggert. Oder draußen schneid es. Oh mein Gott. Wenn jetzt 2 oder 3 Komponenten zusammenkommen, wird es noch mehr getriggert. Und die Hauptaufgabe ist, dass du wieder mit jeder einzelnen Komponente oder mit allen Komponenten, was am Anfang nicht funktioniert, dass du wieder eine neue Erfahrung machst. Ich habe zum Beispiel viele, viele Jahre Angst im Dunkeln gehabt und ich habe immer gedacht, mit mir stimmt was nicht. Mein Herz ist verschlossen, was zu einem Teil auch zugetroffen hat. Immer wenn mein Herz verschlossen ist, habe ich mehr Angst im Dunkeln gehabt. Je mehr mein Herz offen war, desto weniger habe ich Angst im Dunkeln gehabt. Aber ab einem gewissen Punkt musste ich mich dieser Dunkelheit stellen, was unfassbar hardcore ist. Für mich war damals zum Beispiel nicht vorstellbar, dass ich aus dem Schlafzimmer rausgehe und im Flur ist das Licht raus und ich laufe runter in die Küche. Wenn meine Frau das gemacht hat, meine Kinder gesagt haben, wie geht das? Plötzlich, ich laufe runter, überall Licht an und plötzlich steht da einer in der Küche im Dunkeln. Wie machst du das? Das war für mich unvorstellbar. Für den, hä, ist doch sowieso keiner da im Haus. Bis ich irgendwann verstanden habe, hey Daniel, du hast jetzt vielleicht in jungen Jahren ein, zwei, drei Mal eine schlechte Erfahrung mit der Dunkelheit gehabt. Das ist eigentlich nichts Schlimmes passiert, aber ich habe unfassbar Angst gehabt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt wieder Angst im Dunkeln habe und diese Angst spüre und jetzt schnell dort rausgehe oder schnell Licht anmache, erlebe ich diesen Moment wieder neu. Das ist das Verrückte. Und eigentlich müssen wir diesen Moment neu überschreiben. Und da gibt es zum Beispiel EMDR für alle, die sich so mit posttraumatischen Belastungsstörungen auseinandersetzen wollen oder mit Traumatas aushalten wollen. Gibt es auch im NLP ein paar coole Techniken, die ich auch gerne anwende mit Kunden, die Traumatas haben. Es geht einfach nur darum, um diese eine schlechte Erfahrung zu überschreiben, dass der Mensch vielleicht kurz drinnen bleibt, wenn diese Angst kommt und spürt, hey, hier ist jemand. Aber was du nicht machen darfst, ist, vor dieser Erfahrung wegzurennen. Oh ja, es ist viel und ich lenke mich ab. Nein, du musst kurz durch die gleiche Emotion durchgehen, auch wenn du dich kurz daran erinnerst. Also zum Beispiel, wenn du Angst vor Spinnen hast, macht man eine Konfrontationstherapie. Ist genau das Gleiche. Also ein Traumata wird immer gleich aufgelöst, eine schlechte Erfahrung wird mit vielen, vielen guten Erfahrungen überschrieben und da macht man zum Beispiel, wenn du Angst vor Spinnen hast, dann kommt man mit einer Kunststoffspinne, mit einer Plastikspinne, dann setzt dir die Spinne irgendwie zwei Meter weit weg, dann ein Meter, dann setzt jemand auf die Hand und dann nimmt man vielleicht eine kleine Spinne weit weg, dann kommt man näher, 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 dann auf die Hand und das tut man so weit hochtreiben, bis du immer mehr und mehr gute Erfahrungen machst, dass du irgendwann mal eine Vogelspinne auf die Hand nehmen kannst und das ist möglich. Schon mehrfach gesehen, mehrfach gemacht. Bedeutet aber nichts anderes, als dass du vielleicht auch Hilfe brauchst. Bitte versuch das nicht, wenn du gerade von zu Hause zuerst sowas hast, alleine das zu machen, hol dir Hilfe, der dir auch hilft, dass du diese gute Erfahrung hast. Traumatherapeuten, Coaches, die sich mit Trauma auseinandersetzen und wenn du es schaffst, wieder gute Erfahrungen zu leben, wird das überschrieben und ich nehme gerne dieses Bild, das hat schon vielen Kunden von mir sehr geholfen. Du kannst dir vorstellen, du hast jetzt einen weißen Boden, auf dem du stehst und hast ein rosa, schwarzer Fleck drauf und jetzt nimmst du ein ganz dünnes, was man in der Schule hat, so ein Pauspapier und du legst das eine Schicht drüber. Dieser schwarze Fleck scheint immer noch durch, aber wenn du jetzt noch mal ein Blatt drüber legst und noch mal eins, dann wird dieser schwarze Fleck immer grauer, immer matter und wenn du nach 10, 15, 20 Lagen da über diesen schwarzen Fleck dieses Papier drüber legst, siehst du diesen schwarzen Fleck nicht mehr und das ist da, wo Heilung abgeschlossen ist. Wir haben so viele gute Erfahrungen gemacht, dass wir sagen, hey, das ist zwar passiert, aber ich lebe ja immer noch. Das ist ja das eigentliche Paradoxe, es ist was passiert, aber du lebst ja trotzdem noch und ich habe ja auch viele Menschen mit ihren Traumata aufgelöst, auch wenn es jetzt so Missbrauch oder irgendwas gab, wo zum Beispiel, hey, da ist jemand gekommen, ich habe eine Kundin gehabt, die ist geflüchtet, aus dem Ausland, hierher und während der Flucht hat sie plötzlich, war zappenduster, die haben so eine Schlepperbande gehabt, der sie dann geholfen hat, hier rüber zu kommen, hey, wenn du sowas hörst, wir können dir sowas gar nicht vorstellen und da sagt sie, wir waren mitten im Wald, das war so schwarz, wir haben nichts mehr gesehen, wir haben einfach nur mit den Händen nach vorne durchgetastet und dann hat sie plötzlich gemerkt, dass eine Hand hinter ihr kommt und ihr Kind packt und den Mund zuhebt und die Luft abdrückt und in diesem Moment war sie und konnte sich nicht mehr bewegen, sie konnte in diesem Moment nicht mehr reagieren und in diesem Moment, hey, es passiert was und ich kann nicht reagieren, ist bei ihr festgesteckt. Ihr Mann war nebendran, hat die Hand weggeschlagen, weil er irgendwie gemerkt, er stimmt was nicht. Paradoxerweise hat sie zu ihrem Mann gesagt, du hast nicht auf mich aufgepasst, du hast mich dorthin. Sie hat ihrem Mann die Schuld gegeben, dass er sie dazu gebracht hat, auf die Flucht zu geben, so auf die Anzahl, du bist schuld, dass das passiert ist und sage ich, hey, aber eigentlich ist es doch schön, dass dein Mann dich beschützt hat, sagt sie, ja, aber er konnte das und ich nicht. Das heißt, sie hat Hass auf ihn gehabt und eigentlich war es ihr Hass. Das ist die Geschichte, die sie sich selbst erzählt. Die Geschichte, die sie sich selbst erzählt und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, vielleicht ist das das Beste, was du in dem Moment machen konntest. Vielleicht hast du nach hinten geschlagen und hättest gemerkt, dass eine Frau unter dein Messer rausgeholt. Vielleicht hast du gemerkt, dass eine maskuline Hand, oh, oh, kann ich hier nichts machen. Ich bin davon überzeugt, dass unser Nervensystem, unser Unbewusstsein unfassbar schlau ist und vielleicht dieses Trauma, was passiert, das ist vielleicht das Beste, was du tun konntest in dem Moment. Ich habe auch eine Frau gehabt, die wurde in der U-Bahn plötzlich komplett verprügelt von dem Mann, der war betrunken, sagt, es gab keinen Indikator. Für sie war das ein völliges Desaster, weil für sie war das, sie konnte sich das nicht erklären, wieso das passiert ist. Habe ich was falsch? Habe ich komisch geguckt? Das ist einfach so gekommen. Auch später, es gab eine Anzeige, der Mann wurde überführt, der kam auch ins Gefängnis, hat eine Strafe abgesessen, wurde auch gefragt, hey, warum hast du das gemacht? Keine Ahnung. Was für sie noch schlimmer war, weil sie konnte es jetzt an nichts festlegen. Was dazu geführt hat, sie hat sich überall schlecht gefühlt. Das könnte ja überall passieren. Das Nervensystem sagt, ey, ich habe gar keinen Anker, woran ich mich festmachen kann. Was nochmal viel schlimmer ist, als es muss schneien oder es regnet oder ich bin alleine. Und tatsächlich hat ihr das geholfen, als sie gesehen haben, hey, vielleicht habe ich genau das Richtige gemacht. Ich habe mich einfach zusammengerollt und habe mich geschützt und dann ist sie weggelaufen. Hätte ich mich vielleicht gewehrt, hätte ich vielleicht ein Messer gezogen, hätte ich noch mehr auf mich eingeschlagen, bis ich mich gar nicht mehr bewegt hätte. Und das hat ihr geholfen, zu sagen, hey, am Ende, ich werde immer beschützt. Ein Teil von mir ist intelligent genug und dieser Teil hat auch damals richtig gearbeitet und deswegen lebe ich jetzt noch. Und damals konnte sie auch mit sowas ihr Trauma auflösen. Sehr schön. Geil. Was sagst du dazu, mein Lieber? PTBS schon mal gehört, gesehen, behandelt? Ja, 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 auch schon behandelt tatsächlich. Aber ich finde es wundervoll. Also ich habe tatsächlich nichts zu ergänzen. Ich finde deine Metapher richtig geil. Die werde ich übernehmen. Ach, du kleiner Dieb. Die ist sehr, sehr gut. Aber nee, das hast du tatsächlich auf den Punkt gebracht. Da gibt es wirklich nichts zu ergänzen. Ist, wie du sagst, extrem wichtig, dass man sich da Hilfe holt. Alleine ist es auch einfach schwerer. Und genau, also ich sehe das halt immer als Geschichte. Die Geschichte, die du dir halt erzählst, wenn du die veränderst, dann wird es in der Regel einfacher. Ja. Und das Trauma ist immer nur das Trauma, weil du es immer wieder neu durchlebst. Und deswegen musst du es heilen, indem du es anders durchlebst. Ja. Wegrennen funktioniert leider nicht. Und das ist so, ja, das Magische, wir schaffen das nicht immer alleine. Wir brauchen manchmal Hilfe. Und das ist auch völlig legitim. Hey, wir sind Menschen, wir sind emotional, wir haben ein Herz, wir können das alles nicht alleine. Sehr schön. Richtig, richtig geile Podcast-Folge für heute. Wir sind jetzt zu vier Folgen gekommen. Ich bin mal neugierig, was du dazu sagst, ob wir die tief genug beantworten, beantwortet haben, oder du sagst vielleicht auch, hey, dieses eine Thema macht vielleicht nochmal eine Einzelfolge, lass es auch gerne da. Wir werden, ich denke mal, nochmal eine Umfragestunde machen. Wir werden mal schauen, wie das Feedback von dieser Folge ist. Deswegen, wenn es dir gefällt, lass einen Daumen, dein Like das, damit wir einfach auch ein Feedback bekommen. Ist diese Art von Podcast-Folge schöner, besser, toller für dich oder auch nicht? Und dann werden wir vielleicht nochmal so in zwei, drei, vier Wochen nochmal eine neue Umfrage machen. Vielleicht war deine Frage nicht dabei. Werd aktiv, komm auf unsere Social-Media-Kanäle, log dich ein, geh auf unsere Storys, und da kannst du regelmäßig an Umfragen teilnehmen, kannst deine Fragen stellen und vielleicht ist deine Frage beim nächsten Mal dabei. Und wir haben tatsächlich noch eine letzte Frage, Daniel. Warte ganz kurz, weil damit können wir das den heutigen Podcast gut beenden. Wo war die denn? Wo war die denn? Das ist der Abschluss für die Folge. Wann gibt es den Podcast von dir und wie finde ich diese? Das ist einfach nochmal eine grundsätzliche Frage, die ich glaube ich wichtig finde, dass du einfach nochmal kurz erwähnst, wo kann man uns sehen, hören, wie findet man uns? Genau, also bitte, wenn du auf der Suche bist, vielleicht die Podcast-Folge rübergeschickt bekommen hast oder ein Videoschnipsel siehst oder vielleicht einen Trailer irgendwo auf TikTok gesehen hast, du kannst auf Spotify. Wir haben Spotify einmal. Apple Podcast. Und wir haben YouTube. YouTube. Und da gib doch einfach mal Daniel Ottmar ein. Das läuft aktuell größtenteils unter meinem Namen. Das geht auch, wenn sie Gespräche von Herz zu Herz einstellt. Genau, Gespräche von Herz zu eins. Gib das einfach mal ein. Und vielleicht möchtest du ja auch mal, wenn du den Podcast gehört hast, auch mal unsere Gesichter sehen, wie wir uns hier kaputt lachen, wie wir uns auch mal verhapseln. Und wir finden das auf YouTube ganz schlau, weil du, ja du Mimik, die Gestik macht einfach viel aus. Es ist intimer. Es ist einfach ein bisschen intimer, wobei ich gleichzeitig auch wieder nur die Stimme geht. Die Augen sind der Spiegel der Seele, die Ohren sind das Tor zur Seele. Also auch wenn dir einer ins Ohr flüstert, wir haben heute das Thema Flüster gehabt, auch nur die Stimme zu hören, ist auch sehr reduzierend, so wie ich zum Beispiel auch Bilder, schwarz-weiß, finde ich auch sehr reduzieren, weil du wirklich so auf das Kernelement gehst. Es ist beruhigend auch. Du hast weniger Reize. Deswegen fühl dich frei. dabei das Medium zu nehmen, von dem du, wenn du visueller Mensch bist, komm auf YouTube. Wenn du jemand bist, der gehört, komm auf Apple Podcast oder Spotify. Und dann würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Und scheue dich bitte nicht, wenn du Hilfe brauchst. Ich als Herzcoach kann dir helfen, deine alte Traumata aufzulösen, wieder in dein Herz zu kommen. Der Stefan kann dir helfen, wirklich eine gute Beziehung wiederzuführen, eine Herzensbeziehung, eine Seelenpartnerschaft aufzubauen, eine Seelenpartnerschaft zu finden da draußen. Und scheue dich nicht, wir haben kostenlose Herzgespräche, Infogespräche, wo du kannst dich eintragen, du lässt deine Daten da. Wir haben einen kleinen Fragebogen für dich, wo wir einfach sehen können, wo du gerade stehst. Und dann kann sein, in kurzer Zeit hast du die Möglichkeit, mit uns zu sprechen. Und dann helfen wir dir, dein Thema anzugehen. Von dem her. Herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Du bist person Ashley, aus der Kapitel Körger, wie ich so meiner battery玩, ั산.